So, es geht wieder weiter mit Let's Play Battlefront 2. Im letzten Part haben wir einen Planeten erobert und einen Raumkampf gewonnen, was ich immer noch sehr erstaunlich finde, dass ich das geschafft habe. Nach dieser langen Zeit. Und weil der das gerade da so gebaut hat bei Kashyyyk, hol ich mir eine Garnison und erobere Kashyyyk. In der Invasion wählen Sie einen Bonus für diese Schlacht. Bonus Garnison aktiviert. Gut. Das sollte funktionieren. Und der letzte Part wurde ein bisschen, meiner Meinung nach, zu lang. Ah, ich hätte eigentlich weiter hinten spawnen können. Gehe ich halt hier rum, auch wenn das ein bisschen gefährlicher ist hier bei der Normandie Map. Ach, das... Dieses Ziel, nimm mal. Ich komme damit nicht klar, dass es auf mittlerer Maustaste ist. Dort... Hey, die haben... Wie hießen die? Wookies? Wookies haben die. Also unfair. Oder auch Wookies? Die hatten so brutale... Dinger. Ja, ja. Jetzt... Es hat vielen geholfen. Brutale Dinger. Und... Was will der von mir? Freundchen. Das ist sehr spannend gerade. Und die sollen aufhören auf mich zu schießen. Ist verdammt nervig, wenn hier alles wackelt. Aber natürlich, ich bin auch der gefährlichste Spieler hier. Ich wäre übrigens froh, wenn die mal hier den Punkt einnehmen könnten. Die feinen Herren. Manchmal schieße ich so verdammt gut, aber... Jetzt gerade... Schieße ich so ziemlich... Daneben. So, das war wieder gut. Oh, warum sind da so viele? Kann nicht. Was ist eigentlich hier los? Oh. Die rücken da gerade so ein bisschen vor, glaube ich. Was ist das eigentlich für ein Wluppwlupp da um mich rum? Tolle Beschreibung, oder? Wluppwlupp. Da ist jemand drin. Jetzt nicht mehr. Ach, die nehmen da gerade den Punkt ein. Das ist gut. Der hat da eigentlich keine Chance. Ich finde schön, wie die dann einfach gerade ausrennen. Wenn ich die anschieße. Aber nun gut. Ich habe keine Munition mehr. Das ist jetzt definitiv ein bisschen doof. Das heißt, ich muss nämlich hier hin. Und mich aufladen. Vielleicht treffe ich von hier ja auch. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Feindliche Verstärkung. Nimm ab. Na, wenn die den nicht eingenommen hätten, dann wäre ich auch verwundert gewesen. Ich finde schön, wie der Stummdruck da alleine reingerannt ist. Ob ich da reintreffe? Ein bisschen runterziehen. Ein bisschen runterziehen. Ein bisschen runterziehen. Ja, doch. Das sollte gehen. Noch ein bisschen runter. Ja, das trifft tatsächlich. Und ich töte damit. Aber das bringt mir nicht so viel, weil da... ... Kichzeug oben ist. In den Geschützen da. Perfekt. Da ist ein Wookie dran. Jetzt nicht mehr. Der will mir kein Zeug geben, der Drecksack. Warum nicht? Ist der voll? Der? Geht das? In diesem Spiel? Egal. Los, mein... ...getreues Standgeschütz. Haben die da hinten Probleme? Na, ne, ne. Haben sie nicht. Ey, die haben mein Standgeschütz kaputt gemacht. Danke. Warum darf ich nicht schießen? Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Bis. Ja, jetzt geht's aber los hier. Ein Kommandoposten ist den Feinden in die Hände gefallen. Oh. Hm. Ja. Es ist jetzt durchaus schlecht. Nichts kann das Imperium aufhalten. Also ich gewinne wahrscheinlich sowieso, weil ich... ...viehl mehr Soldaten habe. Und ich dabei bin. Also das ist gut, dass ich dabei bin. Nicht, dass jemand das falsch versteht. Was war da mit geschützt? Ist doch gar kein geschützt. Gar kein niemand? Hat mich da eben von der Seite anhand geballert? Ne. Habe ich mir das eingebildet? Glaube ich. Ui. Eventuell meinen sie das geschützt. Es sind nur noch sieben gegnerische Soldaten. Sechs gegnerische Soldaten? Das kann doch nicht so schwer sein. Vier. Na, das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Die Verstärkung wird reduziert. Hey, ich will... Gut. Das wollte ich noch getan haben. Zwei Gegner? Das ist erstaunlich präzise, dieses Ding. Gewehr. Gewehr. So heißt es. Den treffe ich noch. Na. Okay, da hatte er mich. Egal, ich habe gewonnen. Immer noch zwei Gegner. Ich hätte eigentlich auch den Scharfschützer nehmen können. Das wäre schlauer gewesen. Wesentlich schlauer. Ist da immer noch einer hinten drin? Keine Ahnung, sehe ich von hier aus noch nicht. Noch nicht geladen. Hm. Hüpfen mal ein bisschen. Ja, die Kanone ist kaputt. Aber da schießt noch irgendwas. Ein Kommandoposten für das Imperium. Ihre Verstärkung schwindet. Der ist auch irgendwie... Hey. Bleib hier. Ach, die Wookie zählen gar nicht. Die sind einfach so da. Ist ja fies. Hi, Wookie. Hi. Es ist nun ein bisschen doof, dass hier überall die Wookie sind, aber ich den letzten Gegner nicht finde. Hey. Warum schießen die alle auf mich? Ist voll unfair. Ja, die Verstärkung ist zwar egal, aber... Oh, Panzer. Ein Kommandoposten für das Imperium. Ihre Verstärkung schwindet. Was sind hier eigentlich für Viecher unterwegs? Ist überhaupt nichts. Warum sagen wir, dass hier irgendwas ist? Hey, das Tor geht ja auf. Ist ja interessant. Gewann. Obwohl man das Sieg kaum sehen kann, weil das hinter dem eingenommenen Kontrollpunkt ist. Aber na gut. Hätten wir das. Die Bändigung. So, jetzt lasse ich die nochmal. Raumkampf gegen mich. Hm. Das wird wieder eine lange Folge, glaube ich. Ich will einen Bomber. Da hinten ist ein Bomber. Und auch nicht verletzt. Ach, das ist noch so heiße mal. Nicht so wie das letzte Mal. Ja, das war schon... nicht schön. Damals. Gestern. Wo sind eigentlich die gegnerischen Kampfschiffe? Die geben doch auch irgendwie 30 Punkte. Ach so, ja, natürlich. Hinter dem großen Schiff. Das ergibt Sinn. Und die schießen ganz schön gut auf mich. Aua. Beziehungsweise so eine Halbauer. Und warum ist da hinten eine Sonne? Na, wahrscheinlich wäre es sonst auch ein bisschen schwer zu sehen, wo ich hier bin. Oder wo die Gegner sind. Egal. Egal. Trotzdem, warum ist hier überall eine Sonne? Pakete würde ich gerne... ...abgeben. Auf jeden Fall überlebe ich das hier gerade ganz schön gut. Das mag mir gefallen. Und diese großen Schiffe würde ich kaputt haben. Irgendwie schaffe ich es immer bei den Raumkämpfen zuerst hinten zu liegen und dann schnell aufzuholen. Ihre Schilder wurden deaktiviert. Ihre Schilder wurden deaktiviert. Ah, da waren noch zwei Raketen mit drin. Das ist schön. Irgendwas ballert auf mich. Das finde ich gar nicht gut. Ich drehe mich ein bisschen langsam. Bin ich weniger schön. Das war knapp. So dezent. Das ist nicht das Schiff, was ich suche. Oder war es doch das? Hä? Ich dachte, hier wäre so ein Schiff gewesen. Hm. Komisch. Sehr gut. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Das Teil ist fast kaputt. So wie die Triebwerke. Die jetzt immer noch nur fast kaputt sind. Jetzt sind sie kaputt. Ah, nee, das ist kaputt. Aber die gibt es noch. Oder etwa nicht. Ja, die gibt es noch. Meinen die mich mit Bomber? Ich weiß gar nicht, welchen Funke ich hier überhaupt drin habe. In diesem Raumschiff. Das ist ein bisschen bescheuert. Das ist ein bisschen bescheuert. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, das war knapp. Ich will nicht wieder in alles reinfliegen. So wie damals. Als ich noch jung und unerfahren war. Eigentlich nicht. Das war vor einem Jahr oder so. So lange mache ich den Scheiß hier schon. Und was kriege ich als Dank? Gar nichts. Egal. Ist mir auch ziemlich egal. Ehrlich gesagt. Irgendwie geht es viel besser, wenn ich hier draußen mit einem Bomber langfliege, als wenn ich da drin bin. Vorausgesetzt, ich werde nicht abgeschossen. Auf den Bomber zählen und runterholen. Ihr Kommunikationsrelais wurde zerstört. Hm. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Jetzt bin ich irgendwo reingeflogen oder ich wurde abgeschossen. Ich bin mir nicht sicher. Ich will wieder meinen Bomber. Den bitte nicht abheben. Nein. Huch. Ah, danke. Du, so war Abfangjäger. Naja. Ich fliege jetzt hier einfach mit dem hier rein. Ich habe keinen Jäger hinter mir. Bin nicht mal draußen gewesen. Wow. Chill. Das war cool. Wobei auch ein bisschen schlecht. Ihre Sensor-Fahrlangs wurde zerstört. Ja, super. Warum fehlen mir dann noch so viele Punkte? Egal. Was zum... Sag mir jetzt nicht, dass da irgendjemand mit dem Schiff weggeflogen ist. Achtung. Ach so. Ach so. Man, warum sind die immer mal im Bombard drin? Ja, sehr gut. Irgendeinen Typen rausgeschmissen. Oh, das war knapp. Hm, irgendwo müsste noch das Schiff sein. Das ist ein großes Schlachtschiff von denen. Habe ich das kaputt gemacht? Nein, habe ich nicht. Schade. Wo ist denn diese Schlachtschiff? Ich meine, mir fehlen noch nicht mal zwölf... Ja, zwölf Punkte. Warum muss das so knapp sein? Gehe ich halt wieder hier rein? Wo ich nicht rein kann. Also gehe ich da nicht rein. Die Folge ist schon wieder vorbei eigentlich. Ich mag es nicht so lange zu warten, bis eine Folge hochgeladen ist. Die Folge soll nicht so lang werden. Hört auf damit. Mein Schiff geht langsam kaputt. Das ist doof. Warum haben die die schon? Ich habe mir die nicht mal gekauft. Das ist unfair. Haben die eben zu mir gesagt, hey, Vorsicht, weil ich die angeschossen habe. Hm. Komisch. Versuche ich es nochmal mit ihm hier. Warum ist jetzt schon ein Aufklärungsbomber hinter mir? Irgendwas höre ich da mitgetrieben hinter mir. Was mir nicht gefallen möchte. Ich will in den Hangar rein. Kann ich nämlich noch sieben Viecher töten. Das war fies. Irgendwas hat mich da nämlich getroffen und ich habe nichts mehr gesehen und... Ja, okay, ihr habt es auch gesehen. Warum erkläre ich euch das überhaupt? Versuche ich es hiermit. Die Teile sind cool. Wer auch immer das so gebaut hat. Das ist ein ziemlicher Idiot, aber... Warum hat das keine Bomben? Doch, da war eine Bombe. Der ist in mich reingeflogen. Gewonnen. Gut. Und das war schon besser als in der letzten Folge. So. Fertig. Und wie sehen wir es dann? Beim nächsten Mal.